Was geht mir nicht darum, was der Künstler machen kann, sondern es gibt diese Entfremdung, diese allgemeine Entfremdung. Wir sind entfremdet von unserer Arbeit, die Politik ist uns entfremdet und sogar unsere eigene Familie ist uns entfremdet. Und die Beziehungen zwischen den Leuten, die sind kommerzialisiert worden. Das heißt, es geht darum, nicht was der Künstler machen kann, sondern was überhaupt jeder von uns machen kann. Und was können wir zusammen machen, weil es gibt für Probleme keine private Lösung. Es gibt keine private Probleme, es sind politische Probleme und die müssen zusammen gelöst werden. Wir können nicht mit eigener Lösung das System ändern. Und ich sehe Kunst als ein emanzipatorischer Prozess, der mir hilft, an mir selbst zu arbeiten und mich weiter selber zu entwickeln. Und ich denke, Künstler sind ein Teil der Gesellschaft und wenn wir uns distanzieren von der Gesellschaft, von der Politik, dann distanzieren wir uns komplett. Wir schließen uns aus der Gesellschaft. Ich habe in Belarus ein Studium abgeschlossen, ich habe Malerei Deutsch studiert, das war sehr traditionell ausgelegt. Und damals in den 90ern hat die Kunst dort quasi diese Funktion nicht mehr gehabt, ein Teil der Stadtpropaganda zu sein. Also diese ideologische Funktion hatten wir nicht gehabt, also diesen Druck, das so zu lernen und das so zu sehen. Aber das hat dann das Studium sich sehr fokussiert auf das Handwerkliche, auf so einen Begriff, das Kunst als Handwerk. Und es hat für mich sehr lange gedauert, bis ich das überwunden habe, bis ich mich da weiterentwickelt habe, dass ich den Künstler nicht mehr gesehen habe als einen passiven Beobachter, sondern jemand, der tatsächlich am Leben teilnimmt und mit Hilfe der Kunst sich da integriert und diese Kommunikation schafft. Und natürlich will man nicht nur Kunst haben, die so quasi diese reflexive, kritische Funktion hat, aber auch die Kunst, die auch hilft, diese schwierigen Stellen zu überwinden und tatsächlich was schafft. Nicht nur quasi an dem System dran bleibt, um die Kritik auszuüben, sondern zeigt also, was sind die schwierigen Stellen der Gesellschaft und wie können wir es tatsächlich lösen. Deswegen wendet sich der Künstler, also der Künstler kann sich nicht nur an die Kunstgemeinschaft wenden, an die Leute, die diese Logik der Kunst verstehen, sondern wir als Künstler wenden uns an die Gesellschaft, an die verschiedenen sozialen Gruppen, auch an die politischen Strukturen, also da kommen wir daran nicht vorbei. Und was für mich irgendwie sehr inspirierend war, ich habe ein Videointerview gesehen über die Frauen in Belarus, die in diese politische Arbeit involviert sind. Viele davon haben sich in der Situation finden müssen, weil eben die Söhne oder die Ehemänner verhaftet wurden und natürlich waren die erstmal nicht aus eigenem Willen in der Bewegung drin und mussten sich damit auseinandersetzen. Und für die ist es natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, also wie man mit dieser Situation umgeht. Und Ludmila Mirzajanova, die Mutter von einem politischen Gefangenen, hat dann die Situation erklärt und hat dann analysiert, wie es in der Gesellschaft in Belarus dort aufgenommen wurde. Und sie sagt, dass natürlich viele Leute raten ihr, geh nicht hin, mach das nicht, sei stil. Und sie sagt, selbst diese Leute, natürlich sind sie nicht zufrieden mit der Situation. Und sie werden sich auch diese Veränderung wünschen, nur sie selbst wollen sich nicht dafür einsetzen. Jemand anders muss es für sie machen. Und Ludmila selbst, sie sagt, das ist so diese passive Anpassungsposition. Und sie will das nicht. Sie will tatsächlich aktiv sich damit auseinandersetzen, mit dieser Realität, mit diesen Problemen. Und die Kunst, also die Kreativität hilft ihr dabei. Weil sie sagt, dass zum Beispiel Verfassung der Texte, eine organisatorische Arbeit, Arbeit in der Gruppe, Vorbereitung der Aktion, das sind alles künstlerische Tätigkeiten. Und damit sagt sie, passen wir uns nicht an die Realität, sondern wir verändern diese Realität, wir schaffen sie neu. Und das fand ich wirklich sehr schön, wie sie das gesagt hat. Also man kann das besser nicht formulieren, dass jemand diese Kunst als Mittel sieht, die Realität zu verändern. Und ich denke, was auch wichtig ist für Kunst, für Kultur, also diese progressive Kultur, die muss immer eigene politische Agenda haben. Denn wenn wir es nicht haben, werden wir sehr schnell instrumentalisiert von den herrschenden Machtstrukturen. Deswegen, also wenn die Leute sagen, du machst Politik, das ist keine Kunst, also ich verbinde es zusammen. Ich sage, also ich muss doch mir bewusst sein, was meine politische Agenda ist, was will ich bewirken. Ich kann nicht so ahnungslos da losmarschieren und mit einer Aktion irgendwas machen und hoffen, dass die Botschaft ankommt, wenn ich mir selber da nicht im Klaren bin, was ich machen möchte. Ich bin nach Deutschland zum Studium gekommen und besonders in den letzten Jahren wurde ich oft gefragt, über die Situation in Belarus zu reden, bei den verschiedenen Veranstaltungen. Und ich finde es immer eine sehr schwierige Aufgabe. Von einer Seite will ich immer über die Situation, über die schwere politische Lage in Belarus berichten. Also fühle ich mich verpflichtet, über die politische Gefangenen zu reden, über diese Unmöglichkeit, in diesem Land jetzt zurzeit eigene Rechte zu verteidigen. Und ich möchte auch immer klar machen, dass wir heutzutage nicht über einen Staat Belarus reden können, über eine demokratische Republik Belarus, weil es gibt es nicht. Es gibt keine unabhängige Institutionen. Es gibt eine klare Machtvertikale und von dieser Machtvertikale profitieren sehr wenige Leute. Das ist es, was wir haben. Also wir können nicht über einen Staat reden. Und indem ich das so erzähle, immer verstehe ich auch, was damit passiert. Also wenn man es hier im Westen darüber berichtet, dann distanziert man Belarus noch weiter von anderen Ländern. Und wenn man irgendwie über die Verantwortung den westlichen Demokratien spricht und kritische Anmerkungen macht, das ist oft nicht willkommen bei solchen Veranstaltungen. Und für mich ist es ja ganz klar, dass das die Zusammenhänge hat und dass wir nicht über zwei Systeme reden. Hier von einer Seite eine böse Diktatur und von der anderen Seite eine gute Demokratie. Sondern das ist so, dass das seit 18 Jahren autoritär regierte Belarus doch für Politik und Wirtschaft in Europa kein großes Problem ist. Und oft ist es in Partnerschaften einbezogen, in Geschäfte, auf der EU-Ebene. Und das funktioniert seit Jahren wohl gut. Und wenn man das System analysiert, sieht man, dass das natürlich also diese nationale, diese Entwicklung im Rahmen der Nationalstaat und gleichzeitig im Rahmen der kapitalistischen System nicht gleichzeitig verläuft für alle Länder. Es gibt dieser Mehrwert nicht gleichmäßig verteilt unter den Ländern und sie werden auch nicht gleichmäßig verteilt unter den Klassen, unter verschiedenen sozialen Gruppen und es verändert sich da nicht. Also das heißt grob gesagt, die Reichen bleiben reich und die Armen bleiben arm. Und so ist es auch mit den Ländern. Und deswegen sehe ich das auch so, dass diese Stabilität, die hier bestimmte Gruppen im Westen haben, diese Stabilität ruht auf den Kosten der anderen Leuten in diesen wenig entwickelten Ländern. Und an einem Beispiel Belarus kann man das ganz, ganz gut mitverfolgen. Und seit der Zeit, wo die EU sich etabliert hat, sind neue Grenzen entstanden. Und wieder ich als Belarusin brauche ein Erlaubnis, um zu reisen. Und zu den USSR-Zeiten war das auch nicht anders. Nur jetzt ist diese Grenze quasi von der Seite der guten Demokraten aufgestellt. Und da fragt man sich natürlich, also was ist da in der Situation anders, was ist da besser. Wir sind wieder ausgeschlossen. Es ist auch eine gemütliche Situation für die EU-Region, weil natürlich, wer kommt aus Belarus raus, das sind so die jungen Leute, die studieren möchten oder die Reichen, die quasi ein Kapital haben und hier irgendwie im Westen investieren möchten, die kriegen eine Möglichkeit, sich zu bewegen und in die EU-Länder zu kommen. Aber die Mehrheit, also die Eltern und Frauen, die Rentner, Frauen mit Kindern, die bleiben dort quasi eingesperrt in dem Land. Und dass wir immer diese problematischen Stellen in dem System zustopfen mit unseren eigenen Kräften und wir müssen immer so diese Situation ausgleichen und das System dabei bleibt bestehen. Zum Beispiel also die Situation mit Migration, mit der Migrantenarbeit, das hilft quasi an beiden Stellen, diese Wirtschaftssysteme auszugleichen. Wenn die, zum Beispiel ich als Grundstudentin, die hier nach Deutschland gekommen ist und keine speziellen Fachkenntnisse hatte, habe ich in deutschen Haushalten ausgeholfen, also mit auf die Kinder aufgepasst, geputzt. Das heißt, diese Arbeit ist hier auch sehr willkommen. Die Frauen, die hier in Deutschland, deutsche Frauen, die selber von der Diskriminierung leiden und sich irgendwie Kinderküche und Karriere nicht leisten können, sind angewiesen auf diese Hilfe von diese billige, wenig, gering bezahlte Hilfe der Migranten. Da sieht man das genau, dass man quasi das private Problem löst für sich und dann doch irgendwie, also das ganze System bleibt dabei bestehen. Und ich denke, also die deutsche Gesellschaft ist auch weit davon entfernt, verschiedene Arten von Diskriminierung zu bekämpfen und oft sind die staatlichen Institutionen auch helfen sogar, kämpfen nicht wirklich gut dagegen und überhaupt in den letzten Jahren, was hier an Reformen stattgefunden hat. Ob das jetzt eine Studiumreform ist oder Hartz-IV-Reform oder der Ausbau der Kinderbedrohung, das hat alles nicht zu dem Zweck beigetragen, diese bessere Gesellschaft zu schaffen. Also diese utopische Sicht hat das überhaupt nicht verfolgt, sondern das diente der einzelnen Zweck, nämlich also diese Wettbewerbfähigkeit, Deutschland auf dem Weltmarkt zu sichern und zu erhöhen. Und ich bewundere immer so die Deaktivisten, weil sie also diese Fähigkeit haben oder dass die einfach an der Ungerechtigkeit nicht vorbeilaufen können. Und wie gesagt, diese Haltung sich anzupassen, das genau, das ist nicht deren Modell. Und ich bin sehr, sehr oft in Kontakt gekommen mit verschiedenen Aktivisten in den letzten Jahren und zum Beispiel die Nina Lisniewska, eine junge Aktivistin, hat nachdem bei ihr zu Hause eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat und nachdem wurde sie in die Polizeistation geführt und ein Prozess wurde gegen sie angeleitet. Sie hat dann gesagt, dass sie sich oft in Belarus fühlt wie ein Märchenland, wo quasi Leute jederzeit bestraft werden können, die können die eigenen Rechte nicht leben mit Angst und sie sagt, dass sie nicht erwarten kann, bis die Leute nicht nur verstehen, sondern auch irgendwann mal darüber laut reden werden, dass der König nackt ist. Und ich denke, das ist nicht nur für belarussische Gesellschaft charakterisch, sondern allgemein, dass es sind jetzt sehr viele Institutionen geschaffen wurden, staatliche Institutionen geschafft wurden, und wir können die so wie die sind abschaffen, weil wir leben schon längst nicht mit Hilfe deren Institutionen, sondern trotzdem. Und vieles wird jetzt diskutiert, wie Kunstaktivismus, Medienarbeit, wie das alles zusammenkommt. Und ich habe aus meiner Erfahrung gelernt, dass man natürlich auch zum Beispiel diese neuen sozialen Netzwerke und Medien verwenden muss, man kommt da gar nicht dran vorbei, nur ist es natürlich wie wir alles beider Seiten, es hat eine sehr praktische gute Seite und auch eine schwierige Seite. So ein Ding wie Facebook, das kann man einsetzen, um die breitere Masse an Leuten zu mobilisieren für ein Ereignis, aber dann muss es auch die politische Situation sehr angespannt sein, dass tatsächlich die Leute dadurch sich organisieren, das heißt, wenn die Idee da ist und das Ziel da ist, funktioniert das. Sonst ist das eh schlecht, weil diese Salondebatte, die dann auf Facebook geführt werden, die tragen nicht tatsächlich zur Mobilisierung statt, sondern die nehmen sogar das Protestpotenzial weg. Und natürlich das Thema Sicherheit dort ist ein klares Problem, weil sobald wir spielen mit offenen Karten. Und deswegen eine strenge organisatorische Arbeit, politische Arbeit kann dort nicht geführt werden. Und so ist es mit Medien auch. Man weiß schon, dass man mit einem Medienereignis sehr viele Leute erreichen kann. Es wird ein Hype, es wird eine unglaubliche Schnelligkeit in der Verbreitung der Botschaft. Die Botschaften werden dann oft sehr flach gemacht, sehr einfach gemacht und dass natürlich dieser Medienhype dann sofort weg ist in sehr kurzer Zeit. Damit muss man rechnen. Ich denke, selbst da ist es so, dass oft ein paar Leute hängenbleiben, mit denen man dann doch weiter arbeiten kann. Man kommt schon an neue Kontakte, die man sonst nicht hätte. Und auf der Straße, die Arbeit auf der Straße quasi, wenn wir Aktionen machen, Flyer verteilen, das ist was anderes, man kann natürlich nicht viele Leute erreichen damit, aber trotzdem die Leute, mit denen wir sprechen, mit denen wir austauschen, da ist sehr, sehr viel passiert. Das kann man nicht vergleichen, ob jemand quasi über diese Situation im Internet etwas gelesen hat, oder hat davon berichtet von den Aktivisten auf der Straße und sich dafür interessiert. Das ist wie mit Küchengesprächen, sogar die sind irgendwie viel praktischer und lohnen sich mehr, weil das ist auch nicht das Gleiche, ob man auf sozialen Medien die Botschaften austauscht, sondern man hat den persönlichen Kontakt, man hat eine persönliche Bindung, man streitet sich, da sind körperliche und emotionale Sachen dabei, das kann tatsächlich auch zu dieser Mobilisierung beitragen. Ich denke, es ist lustig, zu protestieren und es ist nicht das Wir haben das by protesting he killed a lot of us but that was the price of our revolution the jazwin revolution we did it and you can do it Das ist mir aber viel zu wenig Die Würde des Marktes ist unantastbar Die Würde des Marktes ist unantastbar Die Würde des Marktes ist unantastbar Die sollen einfach so kälzen und Geld und konsumieren Die blows ei, wir müssen wirklich die Produkte Die Εプfonsover Deutschland viele Jahre sind ein ous-Persippets zu verdienen die Würde des Marktes ist unantastbar Die Würde des Marktes ist unantastbar Die Würde des Marktes ist unantastbar Die Würde des Marktes entspannen Die Würde des Marktes ist unantastbar Die Würde des Marktes ist unantastbar Ich komm's erstmal hin und bis das System übernimmt Sie werden in euch die Bundesfahrt ersetzt Sie werden mit Geräten und Häuser besetzt Statt in meiner kleinen Kammer einstehen und zu fluchen Kommen wir zu Klaben, denn noch nirgendwo zu suchen